Der Podcast Dialoge ohne Masken ist ein Podcast für Profisportler, Künstler, Führungskräfte, Unternehmer und alle Menschen, die ihre mentalen und geistigen Fähigkeiten ausbauen möchten. Zudem geht es darum, dass sich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens so zeigen können, wie sie wirklich sind. Diese berichten über ihre Gefühlswelten und Weltansichten, ihren Weg zum Erfolg und auch über extreme Erfahrungen, um dir die Information zu geben, die du benötigst, um die Person zu werden, die du gerne sein möchtest. Was ich mache, das bin ich, das lebe ich. Ich glaube, dass es was ganz Besonderes ist, wenn man überhaupt den Weg auf sich nimmt und sagt, ich mache meine Leidenschaft zum Beruf. Es gab mal eine Zeit, wo ich dachte, wenn ich mir teure Sachen kaufe, geht es mir auch besser. Ich würde einfach allen das Ego wegnehmen. Boah, ich hätte schon viel früher aufgehört, Alkohol zu trinken. Also für mich ist Weinen ein sehr großer Coping-Mechanismus. Es gibt sehr viele Menschen, die vielleicht selber unglücklich sind und das dann auf andere Leute projizieren. Und das darf man sich nicht einreden lassen. Ja, es ist schlimm, dass ich das sage, weil es ist sehr arrogant zu denken, dass man alle Zeit der Welt hat. Vielen Dank an Schagel, dass er mich nominiert hat. Herzlich willkommen zum Dialoge ohne Masken Podcast. Mein Name ist Sharon Paschke. Heute darf ich Vanessa Nessi Ulmer begrüßen. Ich würde mich freuen, wenn es mehr Frauen gibt, die natürlich sind. Du kannst dich nicht verbessern, wenn dein Leben schon geil ist. Du bist eine Musikerin aus Hamburg. Du hast schon früh die Rebellin in dir entdeckt. Mit 17 hast du das Gymnasium hingeschmissen und hast dir in den Kopf gesetzt, mit deiner Pop-Truppe Personenaufzug durchzustarten. Das Trio mit punkiger Attitüde löste sich nach einigen Jahren auf. Während du von der großen Karriere träumtest, finanziertest du deinen Unterhalt mit Jobs an der Tanke und im Sonnenstudio. Bis dann auf die 2014er EP 23 Years dein Debütalbum Rolling with Punches folgte. Du wurdest 2016 mit dem BZ-Kulturpreis ausgezeichnet. Du hast dir zwischenzeitlich unter anderem als Songwriterin einen Namen gemacht und gewannst den Kulturpreis in der Kategorie Best Newcomer Singer Songwriter. 2018 lief dein Retro-Song Shake Shake dann als Untermalung für die damalige Coke-Light-Kampagne von Coca-Cola über alle Kanäle. Später wurde das Lied auch in der Folge der Simpsons bei Grey's Anatomy im Film Play with Fire und auf dem Soundtrack der vierten Staffel der Serie Lucifer verwendet. 2018 wurdest du von der Bunte mit dem New Faces Award ausgezeichnet. 2019 orientiertest du dich musikalisch neu und hast gemeinsam mit Prince P den Song immer nur zu dir herausgebracht. Gemeinsam mit Cool Savage und dem Lied Deine Mutter erreichtest du außerdem auch zum ersten Mal eine Platzierung in den Singlescharts. Du bringst bald dein zweites Solo-Album Cleopatra raus. Und Nessi, schön, dass du uns deine Zeit schenkst. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wer ist Nessi, wenn man dich jetzt mal nicht als Musikerin, Songwriterin erlebt? Ich sage immer, ich gebe mir kein Alias, weil mein Spitzname ist auch Nessi, mein richtiger Name ist Vanessa, wie wir eben gelernt haben. Aber niemand nennt mich so. Ich würde sagen, ich bin abseits der Bühne keine andere Person als auf der Bühne. Einfach aus dem Grund, weil das, was ich mache, das bin ich, das lebe ich, ja. Und das liebst du auch, ne? Also das Strahlen im Gesicht sehe ich dir jetzt gerade an. Hörerinnen und Zuhörer können es nicht sehen, aber du strahlst, während du das sagst. Ich glaube, dass es was ganz Besonderes ist, wenn man überhaupt den Weg auf sich nimmt und sagt, ich mache meine Leidenschaft zum Beruf, gerade im Kreativen. Ich glaube aber auch, dass es einem gerade in Zeiten wie jetzt manchmal nicht so bewusst ist, was man eigentlich macht, weil man es ja gerade nicht aktiv ausüben kann. Dennoch, ja, ich strahle, weil ich mir gerade auch irgendwie so bewusst bin, was ich eigentlich, wenn du das so vorliest, was ich eigentlich auch schon alles gemacht habe, was ich schon erreicht habe. Und dafür kann man sich selber auch mal auf die Schulter klopfen. Genau, und ich liebe das, was ich tue. Mal mehr, mal weniger, aber im Großen und Ganzen, genau, bin ich einfach, ich bin das. Das, was ich mache, bin ich. Dann gib dir doch jetzt bitte mal einen Schulterknopf, äh Kopfklopfer. So, vielen Dank. Starten wir direkt mal mit der ersten Frage. Und übrigens als kleine Information, du lässt dich komplett überraschen. Du kennst zwar den groben Ablauf, ja, dass ich dir jetzt so acht Hauptfragen stellen werde, dann hinterher Konterfrage und Nominierung, aber du weißt gar nicht, was die Inhalte der Fragen sind. Ganz genau, aber das finde ich halt auch besser. Ich kann, also wenn ich mich jetzt vorbereitet hätte, dann würde ich das zerdenken und wenn ich Sachen anfange zu zerdenken, werden sie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich bin vom Typ einfach so, ich lasse Sachen gerne auf mich zukommen. Ja, dann machen wir das. Liebe Nessi, Dankbarkeit, wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten und wie lebst du Dankbarkeit eventuell? Also ich weiß, dass ich Dankbarkeit auf jeden Fall noch viel mehr lernen muss, also jeden Tag. Ich habe tatsächlich so ein Buch, wo ich jeden Tag drei Sachen reinschreibe, für die ich dankbar bin, um mir das eben auch wieder ins Gewissen zu rufen. Das vergesse ich manchmal und dann wird ein Tag zu einer Woche oder dann wird es einen Monat. Und dann frage ich mich so, ich muss das wieder machen, weil je öfter ich mir das ins Gedächtnis rufe, desto besser geht es mir tatsächlich. Ich bin dankbar für die Menschen um mich rum, also für meine Familie, für meinen Ehemann, für meine Freunde, auch wenn dieser Kreis relativ klein ist, was für mich auch okay ist und schön ist. Und genauso bin ich aber dankbar dafür, dass ich, also für Dinge, die einem manchmal vielleicht gar nicht so bewusst sind oder die man für selbstverständlich nimmt. Ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Beruf, den ich irgendwie ausführen kann und der mir Spaß macht. Also ich glaube, allein dadurch ist man schon sehr privilegiert, etwas zu tun, wo man nicht jeden Abend nach Hause kommt und sagt, ich hasse meinen Job. Also natürlich ist das auch was, was ich mir selber erarbeitet habe und dem bin ich mir auch bewusst. Aber es ist nicht selbstverständlich. Genauso ist es nicht selbstverständlich, dass ich eine Familie habe, die mich liebt, eine Partnerschaft habe, die funktioniert. Und ja, das sind schon Sachen, für die ich unfassbar dankbar bin. Alles andere, was man sich mit Geld kaufen kann, ist natürlich schön. Aber das ist genauso vergänglich und genauso nicht erfüllend. Also es gab mal, ein kurzer Abschweifel, es gab mal eine Zeit, wo ich dachte, wenn ich mir teure Sachen kaufe, geht es mir auch besser. Und das ist kompletter Quatsch. Also natürlich ist es schön, Dinge zu besitzen, aber mittlerweile ist mir das schon fast egal. Also ja, Dankbarkeit bedeutet für mich, dankbar sein für die Familie, für die Menschen um einen herum und dass man gesund ist und ein Dach über dem Kopf hat. Das sind schon Dinge, denen ich wahrscheinlich vielen Menschen voraus bin. Und da ich ja jetzt so aus diesem Mentaltraining-Sektor komme, bitte verzeih mir diese Nachfrage. Wie machst du das, dankbar zu sein? Bei mir geht es immer so um Strategien, um Rezepte und deswegen frage ich immer so Sachen nach. Also falls ich hier damit auf den Keks gehe, bitte. Nein, überhaupt nicht. Ich hoffe ja, dass ich auch was davon mitnehmen kann. Deswegen ist es ja auch ein persönliches Interesse, an diesem Podcast teilnehmen zu dürfen, weil ich ja hoffe, dass ich hier rausgehe und danach auch irgendwie vielleicht Strategien eben habe, um Dinge besser zu machen. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich muss das noch viel mehr lernen, dankbar zu sein. Also ich bin es, das weiß ich auch, aber so diese Expression of Gratitude, das irgendwie auszuleben, das fehlt mir, glaube ich, noch ein bisschen. Also ich glaube, mit diesem Aufschreiben, wofür man dankbar ist, ist es für mich schon so der erste Schritt. Aber wenn du einen Tipp hast, was ich machen kann, please let me know. Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn wir eine Dankbarkeitsübung machen, das heißt, wenn, nehmen wir jetzt einfach mal an, du stehst, ich weiß ja nicht, wie sieht so dein Tagesablauf aus, wenn du morgens aufstehst? Ich stehe auf und fange eigentlich, also ich trinke einen Kaffee oder mache mir einen Smoothie und dann fange ich sofort an zu arbeiten. Und ich arbeite am Tag eigentlich vor zwölf alles ab, was Bürozeug ist, damit ich am Nachmittag kreativ sein kann. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, du würdest morgens noch etwas ergänzen. Und zwar, du würdest jetzt morgens erst mal aufstehen und würdest dich erst mal so auf deine Atmung konzentrieren. Sobald wir uns auf unsere Atmung konzentrieren, sind wir auf jeden Fall im Hier und Jetzt. Also zumindest zum Teil, weil wir ja unseren Körper wahrnehmen und der befindet sich immer im Hier und Jetzt. Nur unsere Gedanken halt oft mal in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und das ist ein bisschen typenabhängig. Vielleicht bist du eher ein Mensch, der in der Zukunft ist und dann zack, zack, zack. Nee, eher nicht. Oder in der Vergangenheit, okay. Also das ist halt, nachdenkst so, ach, hätte ich das oder könnte ich das oder was wäre da. Und diese Konzentration auf die Atmung bringt dich ins Hier und Jetzt. Und dann gibt es halt eine ganz einfache Übung. Und zwar wirklich dir bewusst aufzählen, wofür du dankbar bist. Und das können Kleinigkeiten erst mal sein. So Kleinigkeiten wie, ey, cool, ich habe zwei Augen. Ich kann durchgucken. Ich habe zwei Ohren. Ich habe eine Stimme. Ich habe Zähne. Ich habe einen Mund. Das ist nicht selbstverständlich. Und dass tatsächlich, wenn du einfach so zehn, zwanzig Dinge hintereinander aufzählst, für die du dankbar bist, entsteht etwas in dir. Und zwar eine Überzeugung dessen, dass es auch sehr viele schöne und gute Dinge in deinem Leben gibt. Und das Interessante dabei ist, es gibt eine Untersuchung, ich meine aus 2003 in Kalifornien, die hat dann ergeben, dass wenn Menschen dankbar sind, dass währenddessen das Gehirn keine Angst produzieren kann. Keine Depression, keine Niedergeschlagenheit. Weil das geht nicht in den Einklang mit der Dankbarkeitsübung. Krass. Ich finde das super interessant, was du sagst, weil gerade so Atmen und sowas. Ich habe mich mit Wim Hof eine Weile richtig krass beschäftigt. Und ich habe auch tatsächlich, also beibehalten habe ich, dass ich wirklich jeden Tag kalt Dusche oder Eisbäder mache. Das mit dem Atmen habe ich eine Weile wirklich jeden Tag gemacht. Und ich bin ein bisschen davon abgekommen. Und es steht tatsächlich auf meiner Liste, dass ich sage, ich muss das wieder machen, weil dadurch geht es mir besser. Und ich fange heute noch an damit wieder. Lassi, das ist so witzig, weil es steht noch eine Terminvereinbarung mit Wim Hof aus. Wirklich? Ja, ihr habt ja vorhin gesagt, wir machen den dann auch auf Englisch. Nur letzten Endes werden wir damit noch ein bisschen abwarten. Aber das ist genau der Start meines Tages. Wim Hofatmung, kalt duschen, eine Runde Yoga und dann eine Dankbarkeitsübung. Okay, ich schicke dir ab morgen auf der App die Rundenanzahl, wie viel ich geschafft habe. Und ich mache morgen wieder mit der Atmung, fange ich an. Ich war schon mal bei einem Kurs tatsächlich. Ich habe so einen Workshop gemacht. Ich habe mir sogar den Advanced Workshop, den Videokurs gekauft. Und ich habe den auch noch nicht angefangen. Guck mal, Inspiration. Ich schreibe mir das jetzt auf. Und das ist nämlich auch mein etwas anderer Start in den Tag. Und dann kommt sowas wie Smoothie. Und ich habe halt gemerkt, ich habe eigentlich auch mal den Tag gestartet mit einem Kaffee. Und dadurch, dass ich mit Wim Hof gestartet bin, beziehungsweise mit der Atemtechnik und mit der kalten Dusche und Yoga, habe ich festgestellt, dass ich erst mal gar keinen Bedarf nach Kaffee hatte. Also kam erst mittags irgendwann. Und dann tatsächlich eher einfach als Genuss in dem Sinne. Voll gut, okay. Ich schreibe es mir hier gerade auf mit drei großen Ausrufezeichen. Ja, cool. Ich werde das nochmal prüfen. Also das werden wir nochmal nach dem Podcast auch vereinbaren. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Mit einem virtuellen Handshake auf jeden Fall. Sehr gerne. Du hast natürlich jetzt schon einige Talente mitgegeben bekommen, die du auch lebst. Also die du an dir entdeckt hast, dann auch noch lebst. Das geht ja nicht allen Menschen so. Also viele wissen ja vielleicht nicht, dass sie eventuell der Großartigste oder die Großartigste Schachspielerin aller Zeiten sind, weil sie es nie ausprobiert haben. Jetzt hast du natürlich etwas bei dir gefunden, was dir A richtig Spaß macht und B natürlich, wenn wir etwas machen, was uns Spaß macht, sind wir meistens auch noch relativ gut da drin. Und wenn du jetzt morgen aufwachst und natürlich weißt du, du machst gleich dann die Wim Hof Atmung und die Dankbarkeitsübung. Aber du stellst auf einmal auch noch etwas ganz anderes fest. Du stellst fest, dass du auf einmal eine Superkraft hast. Irgendeine neue Fähigkeit, eine Superkraft. Welche wäre es? Du kannst sie dir jetzt aussuchen. Okay, also es gibt einen Wunsch, den ich habe und den würde ich auch in eine Superkraft umwandeln. Und zwar wäre das, das Ego des Menschen zu eliminieren. Das bedeutet, dass keiner mehr an seinen eigenen Vorteil denkt, sondern es einfach egal ist. Also ich glaube nämlich, dass alle Probleme auf der Welt, das ist jetzt ziemlich krass, das ist einfach so rosser. Also das ist hier meine Theorie. Nein, aber jetzt mal ganz lapidar gesagt, ich glaube, dass viele Menschen so handeln, wie sie handeln, weil sie eben zu ihrem eigenen Vorteil handeln. Und dadurch entstehen Konflikte, so auf kleinster Basis oder am Ende in Kriegen oder sonstigen. Und ich glaube, wenn Menschen ein bisschen weniger oder kein Ego mehr hätten und einfach für das Gemeinsame streben würden, dass dann viele Probleme gelöst werden würden. Und deswegen wäre das meine Superkraft. Ich würde einfach allen das Ego wegnehmen. Noch nie gehört als Antwort. Deswegen Riesendanke, weil ich lese es, wenn auf die gleichen Fragen immer wieder andere Antworten folgen. Ey, es ist ein bisschen ein verrückter Gedanke, aber ich denke mir eben, mit dem Ego des Menschen gehen so viele Sachen einher. Also ich glaube einfach, dass wir könnten alle Probleme lösen, wenn alle Menschen ein bisschen weniger darauf bedacht werden, nur zu ihrem eigenen Vorteil zu handeln. Und deswegen, ja. Ja, widerspricht ja auch dem Lieb. Ja gut, aber bedingungslose Liebe ist ja zum Teil, also bedeutet es ja eben Ego loslassen. Ja, voll. Und die, also ich finde so aus der Beobachtung heraus, ich meine, vielleicht bin ich auch völlig falsch im Umfeld, erlebe ich halt häufig, dass Liebe, also Liebe in Anführungszeichen, meistens mit Bedingungen geknüpft ist. Voll. Ja, also wenn du mir das gibst, dann gebe ich dir das und das ist ja ein bisschen eher so wie, keine Ahnung, wie Business, also Pferdehandel oder irgendwas. Ganz genau, ja. Und ja, und bedingungslos ist, ja, ist quasi. Deswegen sage ich, es würde halt auf so vielen Ebenen, würde es halt weniger Grund für Konflikte geben irgendwie, weil jeder einfach gechillter wäre. Ja. Definitiv, definitiv. Bisschen komischer Wunsch für eine super Kraft, aber ich finde irgendwie, das ist so mein Ding. Ich würde, also ich, macht für mich Sinn. Genau, das ist es komisch. Komisch gibt es wirklich nicht, finde ich. Also finde ich total schön den Wunsch sogar. Also die super Kraft. Jetzt habe ich ja herausgefunden, indem ich einfach eine Behauptung vorhin gestellt habe, es gibt so zwei Typen, vielleicht bist du jemand, der an die Zukunft denkt und dann hast du es direkt schon verneint. Und also bedeutet es, du guckst manchmal vielleicht doch in die Vergangenheit. Also wenn du eine Sache in deinem Leben oder in deiner Vergangenheit generell ändern könntest, welche wäre es? Boah, ich hätte schon viel früher aufgehört, Alkohol zu trinken. Wirklich. Also ich habe vor allem ja aufgehört, Alkohol zu trinken. Und ich sage nicht, dass Alkohol schlecht ist oder sowas, aber es gibt einfach, und das sage ich jetzt einfach ganz ehrlich, es gibt viele Dinge, an die ich mich nicht erinnern kann, nicht richtig. Oder viele Momente, wo ich jetzt sage, das hätte ich lieber nüchtern erlebt. Also ich würde nicht sagen, ich war krass alkoholabhängig, aber irgendwie habe ich schon sehr viel Alkohol getrunken. Und ich glaube, in einer Branche wie meiner und in diesem Ganzen, dass es auch irgendwie ein bisschen dazugehört und war mir das nie so bewusst. Und jetzt habe ich vor neun Tagen einjähriges Jubiläum gehabt. Also ich habe nicht aufgehört, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich habe ein krasses Problem. Ich habe einfach gesagt so, ey, mir macht das keinen Spaß, das tut mir nicht gut, das tut meinem Körper nicht gut. Und danach sind mir irgendwie so Sachen bewusst geworden, wo ich gesagt habe, ey, vielleicht ist auch unter Freunden oder Bekannten Alkoholismus viel größer ausgeprägt, als man es wahrnimmt, weil es so normal ist. Wenn man kein Alkohol mehr trinkt, wird dir erstmal bewusst, wie krass man Außenseiter ist, weil du dann immer gefragt hast, bist du schwanger oder warum säufst du nicht oder warum trinkst du nichts oder so. Und da ist mir dann so bewusst geworden, also ich sage jetzt nicht, dass ich nie wieder Alkohol in meinem Leben trinken werde. Das kann natürlich sein, wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich es auch. Aber so dieser bewusste Konsum oder sich das auch mal vor Augen zu halten, wie gesellschaftlich akzeptiert es ist, dass man irgendwie sich so Nervengift reinhaut und es unnormal ist, wenn man es nicht macht. Ja, ich hätte weniger Alkohol getrunken auf jeden Fall. Gab es in dem Bezug so einen Moment für dich, also wo du gesagt hast, boah, ey, nee, das lasse ich jetzt, weil das tut mir echt nicht gut. Ja, tatsächlich, wirklich. Wir waren auf dem Geburtstag letztes Jahr von einer Freundin von mir, von der Verena, viele Grüße an dir an dieser Stelle. Und nach diesem Abend, ich habe mal wieder maßlos übertrieben, weil es war ja so lustig. Und am nächsten Tag ging es mir so schlecht, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich kann das meinem Körper nicht antun, dass es mir so unfassbar schlecht geht. Und mein Mann und ich haben dann einfach gesagt, ja, lass doch einfach aufhören. Und dann so, ja, okay. Und seitdem haben wir einfach keinen Alkohol getrunken. Und ich muss sagen, am Anfang war es ein bisschen merkwürdig, also weil das war ja auch gerade zum Anfang des Lockdowns. Also da war noch nicht so richtig, da ist man dann noch mal weggegangen und so ein bisschen in eine Bar oder sowas. Und da war es dann auch immer schon so unter meinen Freunden, die doofe Kommentare gesagt haben, die ich dann einfach ignoriert habe. Und ich bin trotzdem mitgekommen, obwohl alle getrunken haben. Aber es war schon komisch und man wird schon komisch abgestempelt, was ich irgendwie dann wieder komisch finde. Weil mir ist ja auch egal, ob jemand Alkohol trinkt oder nicht. Ja, aber vielleicht brauchen manche, dass du mittrinkst, weil sie sonst ins Nachdenken kommen, wenn du es nicht tust. Ja, und das war auch meine Überlegung. Ich glaube, dass es vielen Leuten in meinem Umfeld vielleicht, oder das ist jetzt eine Mutmaßung natürlich, dass es vielen Leuten irgendwie in gewisser Weise einen Spiegel vor Augen gehalten hat, dass ich gesagt habe, und ich war wirklich jemand, ich war immer die Erste, die mit dabei war. Und ich war immer die Erste, die auch gesagt hat, komm, wir bestellen noch eine Runde. Also auch jemand, der sehr motivierend war, glaube ich, mit dem man sehr viel Spaß haben konnte, wenn man unterwegs war. Ja, aber ich, weil ich selber nicht so ein Mensch bin, der, wenn jetzt zum Beispiel mein Mann mit einer Idee kommt, die ich doof finde, also zum Beispiel, du siehst diesen Balken jetzt hier über mir. Das ist der Anfang einer Konstruktion für eine Kletterwand, die wir uns gerade in unser Wohnzimmer bauen. Also ich persönlich hätte das nicht gemacht, aber hey, wenn er das will, ich unterstütze ihn natürlich da drin. Und genauso sehe ich das als Freund oder Freundin, wenn jemand etwas, ein Laster abwirft oder etwas macht, was ihm nicht gut tut oder was tut, was ihm gut tut, dann bin ich doch Supporter. Und das habe ich nicht verstanden am Anfang. Ja, das ist, also ich hatte das jetzt nicht mit puncto Alkohol, ich hatte das mit Fleisch und so, mit Fisch und habe das vor ein paar Jahren halt gar nicht mehr gegessen. Und dann fing ich auf einmal an, auch Probleme zu kriegen. Also so, ja, jetzt haben wir einen Jungsellenabschied, wir gehen ins Steak-Restaurant. Ich so, ja, ist doch kein Problem. Also ich kann die Beilagen super essen. Wieso macht ihr euch doch kein? Ja, hm. Und ich wollte ja danach noch mit den Jungs dann in den Club gehen. Ich wusste aber, wenn die jetzt nicht alle Fleisch reindonnern, werden die wahrscheinlich um eins, halb eins keine Kraft mehr haben. Und so war es dann auch, richtig müde am Rumgehen. Es war echt witzig, das so zu erleben. Ich habe aber auch festgestellt, dass dann auf einmal immer, ach ja, du isst ja jetzt kein, ach so, ja, so Tofu oder was. Und ich denke so, ey, was? Es ist nicht so schwer, ne? Ja, es ist nicht schwer. Und ich habe mir immer gedacht, so, ja, lass mich doch jetzt einfach mal in Ruhe. Also ich habe ja jetzt niemandem gesagt, so, wie du isst Fleisch und so weiter. Also das ist schon krass. Ich finde, es ist egal, wo du es machst, in welchen Gebieten, was so irgendwie eine Gewohnheit ist oder in deinem Umfeld normal scheint, fangen Leute an, vielleicht anders drüber nachzudenken. Warum machst du denn das jetzt? Willst du jetzt irgendwen schützen? Warte mal, in erster Linie geht es darum, mir geht es einfach damit besser. Und wenn ich Bock habe, esse ich einfach wieder. Aber ich habe einfach seit Jahren jetzt keinen Bock. Und ich habe das Gefühl, ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Also ist doch egal. Aber dann supporte mich doch eher bitte mit dem, was ich da vorhabe. Ganz genau. Ganz genau. Das denke ich halt auch so dieses, schon fast neidisch sein oder, also dass jemand was macht, was man selber vielleicht, also vielleicht, das ist meine Mutmaß und jetzt nochmal, vielleicht ist der Grund einfach, weil eben die Leute das auch gerne machen würden, aber die Disziplin oder das Durchhaltevermögen dazu nicht hätten oder keine Ahnung. Also ich denke mir immer so, wie ich reagiert habe damals, als ich noch so eifersüchtig auf den Erfolg von anderen Leuten war. Also es gab durchaus mal eine Zeit, wo ich, ja, ich kann es nicht anders sagen, als eifersüchtig war, wenn andere Leute was erreicht haben, was ich vielleicht auch gerne erreicht hätte. Bis ich mir dann gesagt habe, hey, bei diesen Menschen läuft auch nicht alles immer so, wie die das geplant haben. Und jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und jeder hat auch seinen eigenen Weg zu diesem Ziel. Und ich soll mich doch eher freuen für Leute, wenn sie was erreichen, was toll ist. Und ich habe damit dann angefangen. Wenn ich mal so Gedanken hatte, meinen Freunden das zu sagen, so, hey, ich muss dir sagen, ich war dann und dann mal eifersüchtig auf dich. Und dann ist nämlich rausgekommen, dass die Person gegenüber dann auch gesagt hat, hey, als es bei dir so lief, war ich auch eifersüchtig auf dich. Und dann hat man sich gesagt, wie bescheuert dieser Gedanke eigentlich war, dass man das hat, weil man sich doch eigentlich für den anderen freut. Und ich glaube, in solchen Sachen ist das genau das. Man muss einfach, hey, am Ende des Tages, jeder hat sein eigenes Leben. Man soll sich nicht einmischen in das Leben von anderen Leuten. Jeder macht am Ende des Tages das, was er für richtig hält. Und wenn jemand was tut, was ihm gut tut, dann soll man die Person darin unterstützen und sich freuen, wenn die Person erfolgreich ist. Das tut einem selber nicht gut, wenn man so missgünstig ist. Und ich glaube auch unbewusst, wirst du dich von dem Erfolg, den du dir da eigentlich wünschst, auch fernhalten. Weil wenn du sowas Negatives einer Person gegenüberbringst, dann willst du es ja unbewusst selber auch nicht erreichen, weil du ja gar keinen Bock hast, dass jemand auch so dir gegenüber fühlt. Total, ganz genau. Ja, es ist sehr interessant. Auch schön, dass du es so sagst, denn das geht sicherlich sehr, sehr vielen Menschen so. Egal, in welchem Bereich sie gerade tätig sind, dass sie häufig vielleicht so das Gefühl haben, ach, der hat das oder die hat das. Das hätte ich auch gerne, boah, gönne ich der aber nicht. Und dann ist ja im Prinzip so, ja, warte mal, aber dann, wenn du dich nicht mitfreuen kannst. Ja, ist doch auch blöd. Ich sage dir auch ganz ehrlich, es verbraucht weniger Energie, nett zu sein und jemandem was zu gönnen, als sich darüber aufzuregen die ganze Zeit. Ja, oder wir können uns ja einfach sagen, so, ey, boah, ich hätte das auch so gerne. Ich würde mich da so drüber freuen. Aber cool, dass du das auch hast. Also schön, ich freue mich für dich mit, weil ich wüsste, wie ich mich darüber freuen würde. Dann potenziert sich das ja auch. Naja, das ist echt. So, jetzt hast du ja natürlich schon sehr, sehr viele Facetten des Lebens kennenlernen dürfen. Du hast ein Business kennengelernt, was natürlich auch sehr viel, ja, sage ich mal, auch Schein aufrechterhalten muss. Ist ja nun mal so, weil wenn du dich jetzt direkt von der verletzbaren Seite zeigst, dann wird es natürlich auch immer, oder kann es gefährlich werden. Und wenn du jetzt mal rückblickend sagst, was ist für dich das Wertvollste, das du gelernt hast? Was wäre darauf so deine erste Antwort? Boah, dass es okay so ist, wie ich bin. Egal, was mir irgendjemand anders erzählt. Also ich glaube, jeder Mensch hat Potenzial, sich zu verbessern. Und jeder Mensch verbessert sich auch über sein Leben. Aber grundsätzlich, solange man kein riesiges A-Wort ist, und man niemandem was Böses tut oder sowas, es ist okay, wie man ist. Man muss sich nicht von anderen Leuten, die vielleicht, also es gibt so diesen Spruch Misery loves company. Und es gibt sehr viele Menschen, die vielleicht selber unglücklich sind und das dann auf andere Leute projizieren. Und das darf man sich nicht einreden lassen. Das ist auf jeden Fall so mein, was ich am meisten gelernt habe, ist, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und natürlich gibt es Room for Improvement und man sich verbessern kann. Aber ich bin kein schlechter Mensch und ich muss mir das von niemandem sagen lassen. Das hat ja auch schon eine Menge mit Selbstwert zu tun. Und davon sehen wir ja leider, also zumindest in meiner Beobachtung, ich sage es einfach jetzt aus meiner Perspektive immer, ich finde immer so doof, das irgendwie auf zu drittes abzuwälzen. Ich sehe halt sehr viele, dass sie gewisse Sachen erreichen wollen, die immer sehr im Außen sind. So und so ideale, Schönheitsideale, materielle Ideale, egal was, du hast ja auch gerade vom Materiellen gesprochen. Ich glaube, du hast auch mal irgendwie, jetzt neben den Zitaten, die ich gesagt habe, du hast auch mal gesagt, hey, wie zeigen sich eigentlich die Mädels auch bei Instagram und so? Also das sind alles so Dinge, wo ich mir auch die Frage stelle, wie schaffen wir es denn dann wirklich auch zu glauben, ich bin gut, so wie ich bin? Weil das alles zeigt ja eigentlich, hey, wir haben einfach vielleicht ein zu geringes Selbstwertgefühl. Jeder hat es ja irgendwo scheinbar irgendwie ein Stück weit zu gering. Die einen ein bisschen weniger, die anderen ein bisschen mehr. Und jetzt sagst du das so einfach, jetzt hört das jemand und sagt sich, ja, die hat ja auch einfach reden. Die macht ja auch da die Songs und hier und da und tralala. Und jetzt erzählt die hier einfach, ich bin gut, so wie ich bin. Das ist ja jetzt mal so interessant. Wie würdest du das so jetzt jemandem empfehlen? Also wenn die Person so gerade gar nicht glaubt, sie ist gut, so wie sie ist. Hey, also dazu muss ich sagen, ich bin ja jetzt auch nicht einfach oder schreibe nicht einfach diese Songs, weil mir das zugeflogen ist. Also ich habe es wirklich nicht so einfach gehabt. Ich sage es jetzt einfach mal, ich bin 31 Jahre alt. Ich mache das, seitdem ich 15 bin. Und ich kann seit vielleicht zwei Jahren einigermaßen davon leben. Also es ist so unfassbar viel Arbeit und es ist so unfassbar oft, abgewiesen werden oder eben zu hören, hey, das ist nicht gut genug oder du bist nicht gut genug. Du arbeitest mit Leuten zusammen, die dir Sachen einreden, die nicht da sind. Und ja, das ist schwierig. Und wie ich das einer Person empfehlen würde, die an ihrem Selbstwertgefühl zweifelt, ist genauso wie ich auch immer noch Zweifel an mir. Jeden Tag. So jeden Tag zweifle ich, ob irgendwas, was ich mache, gut genug ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich auch irgendwann hinzusetzen und zu sagen, also natürlich hilft es unglaublich, wenn man Freunde, Familie, Partner hat, die einem sagen, hey, du bist gut, so wie du bist. Aber sich selber Dankbarkeit eben auszusprechen für die Dinge, die man schon erreicht hat und sich auch vor Augen halten, hey, guck mal, was ich schon alles durchgestanden habe. Egal, was es ist. Jeder hat ja, wie gesagt, sein eigenes Päckchen zu tragen. Ich glaube, von niemandem war das Leben einfach easy peasy Sonnenschein. Und eben zu sehen, was man überwunden hat. Also ich glaube, das ist wichtig, sich das vor Augen zu halten, und dass man eben schon Dinge geschafft hat, dass man vor zwei Jahren war ich an einem komplett anderen Punkt in meinem Leben als jetzt. Aber ich habe dafür gearbeitet und ich habe halt einfach auch nicht aufgehört. Ich glaube, manchmal ist es auch einfach das, dass man sich nicht aufgibt. Klingt auch wieder cheesy und einfach dahergesagt, aber ich glaube, jeder, der sich schon mal aufgegeben hat, weiß, wovon ich spreche. Aber das klingt nicht mehr so cheesy, wenn du das kombiniert hast, wie jetzt mit deiner persönlichen Anekdote, finde ich. Ja, ja. Also ich denke mir immer so, egal, wenn man hinfällt, man kann auch richtig auf die Schnauze fallen, aber dann ist es eben auch genauso wichtig, dass man sich die Knie abklopft und weitermacht. Und darum ging es schon bei Rolling with the Punches. Das ist genau das, dass du im Boxring eine auf die Rübe kriegst und danach wieder aufstehst und weitermachst. Und es gibt ja eigentlich, wenn du auf dem Boden liegst, auch, so doof das klingt, nur noch einen Weg und zwar nach oben. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Was war dein schwerster Moment oder deine schwerste Lebensphase im Leben und vor allem, wie hast du die überstanden? Also im Moment fühlt sich das ganze Leben an wie eine schwere Phase im Leben. Nein. Ich glaube, also der Tiefpunkt war auf jeden Fall so 2016, 2017, als ich mir eingestehen musste, dass ich alleine mich aus Dingen nicht mehr rausholen kann und mir professionelle Hilfe suchen muss. Und dann, ja, ich habe halt eine mittelschwere Depression zu dem Zeitpunkt gehabt und bin dann in Therapie gegangen und das hat mir geholfen und ich würde auch jedem sagen, dieses Stigma, ich fühle mich schlecht, ich mache aber nichts dagegen, weil vielleicht ist es ja nicht so schlimm, ich hole mich da selber wieder raus, geht zum Psychologen, organisiert euch einen Termin, redet mit jemandem, der davon Ahnung hat, weil so schlau man denkt, man ist, man ist es nicht. Was war in dem Prozess so für dich eventuell so eine Erkenntnis, die dir gezeigt hat, wie du da auch rauskommst und wie du das für dich verarbeiten kannst? Also ich sage ganz ehrlich, die Erkenntnis kommt jetzt erst. Also ich erkenne jetzt erst, was mir das gebracht hat, dass ich, also ich wurde schon mehr oder minder gezwungen, fast in die Therapie zu gehen, weil es an einem Punkt war, wo ich einfach auch nur noch ein Häufchen Elend war und ich dazu sagen muss, dass meine Familie mich natürlich krass unterstützt hat und dann eben auch ich Glück hatte, dass ich eine coole Psychologin gefunden habe und so. Aber die Erkenntnis kommt jetzt erst. Eben auch so Sachen wie, ich will nicht zu lange mich an der Vergangenheit aufhängen, ich habe genauso Schiss vor der Zukunft, aber die Vergangenheit ist abgeschlossen so und ich kann sagen, hey, ich hätte Dinge anders machen können, aber am Ende des Tages ist es genauso gut, wie es war, weil ich jetzt weiß, also klar, gut, dass ich diese Sachen dann gemacht habe und die Veränderungen gemacht habe, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, was ich nicht mehr mache im Leben. Sport, worauf ich mich nicht mehr einlasse, also Dinge, die mir eh tun und Konstellationen, die nicht gut sind und eben auch wie man, ich habe zum Beispiel zum Sport gefunden dadurch und wie ich eben auch den Ausgleich finde zwischen, ich habe einen kreativen Beruf, der eben auch viel Melancholie irgendwie in sich trägt, sowieso, weil ich Songs schreibe, die sehr persönlich sind, natürlich schreibe ich auch für andere Leute Sachen, die unpersönlich sind, aber eben es ist ein krasser, krasser Erfolgsdruck in diesem Beruf, gerade auch als Frau Anerkennung zu bekommen und ja, da ist es jetzt halt so für mich so okay, ich weiß, was ich nicht mehr mache, ich weiß, wie ich damit umgehe, wenn es mir zum Beispiel schlecht geht und ich merke morgens, ich stehe auf und weiß, es ist kein guter Tag, dann mache ich Sport und dann geht es mir ein bisschen besser. Jetzt hast du ja quasi so ansatzweise ja auch gesagt, hey, da gibt es ein Rezept dafür, was du getan hast, damit du damals in diese Phase auch reingekommen bist und die immer stärker dadurch wurde. Was ist so das, wo du sagst, das mache ich auf gar keinen Fall mehr, diese Kombination, wenn ich die mache, also die habe ich ja dadurch jetzt irgendwie erkennen können durch diese Begleitung. Ja, also ich glaube, es gibt kein Rezept, Rezept dafür, ich kann eben nur für mich reden so und für mich, ich lasse mir einfach nicht, also mein Bauchgefühl hat meistens recht und ich lasse mich nicht mehr in Situationen treiben, wo ich merke, hey, ich bin damit irgendwie, also ich könnte jetzt ja sagen und es machen, aber irgendwie fühlt sich das für mich nicht gut an. Also das jetzt mal als grobes Beispiel gesagt. Also das Gleiche ist, wenn ich bei Leuten merke, hey, irgendwie ist da was, was mich stört, aber die sind voll nett zu mir, dann würde ich jetzt eher ein bisschen auf Abstand gehen. Wie merkst du das bei dir? Wie hörst du auf dieses Bauchgefühl? Ist das ein Grummeln? Ist das eine innere Stimme, die was zu dir sagt? Nee, ich weiß nicht, das ist einfach so ein Körpergefühl. Kennst du es nicht, wenn du manchmal mit Menschen redest und du bist so, ja, irgendwie klickt das gerade oder es klickt halt nicht. Zum Beispiel, ich glaube, wir würden das jetzt in diesem Gespräch auch merken, wenn ich jetzt Probleme hätte, mich auf dich einzulassen oder anders. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das klingt ein bisschen ESO-mäßig, soll es gar nicht sein, aber ich sage einfach, wenn mein erster Gedanke kein guter ist oder mir kein gutes Gefühl gibt, dann würde ich erst mal auf Abstand gehen und nicht mehr gleich alles zusagen und sagen, ja, mache ich, mache ich, mache ich, sondern erst mal vielleicht sagen, okay, ich trete einen Schritt zurück, denk noch mal eine Nacht drüber nach und dann mache ich es. Und wenn sich was richtig anfühlt, ey, dann jump in. Auf jeden Fall. Also ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, auch mit Menschen, ich nenne das ja immer sehr gerne Energie-Zombies und ich reagiere da direkt körperlich drauf. Voll, 100 Prozent. Danke, danke. Ich kann dir vielleicht mal so sagen, wie ich es erlebe. Also das ist auch wie so eine innere Stimme. Aber bei mir ist es so, ich merke, ich verändere mich ein bisschen. Ich fange an, eine Maske zu tragen. Und dann merkt man, warte mal, so will ich gar nicht sein. Ey, warum mache ich das gerade? Also entweder probiere ich jetzt, der Person zu gefallen, weil ich merke, ich muss anders sein, damit ich akzeptiert bin. Das gefällt mir schon nicht. Also ist diese Person, ist halt irgendwie nicht gut für mich. Vielleicht deckt sie auch gerade irgendwas auf. Ist ja nicht so, dass die immer nur schlecht sind. Das meine ich nicht damit. Ich bin ja bestimmt auch ein Energie-Zombie für viele andere. Vielleicht hören jetzt gerade einige und sagen sich, ja, für mich bist du auf jeden Fall ein Energie-Zombie. Lass mal jetzt nicht mehr reden, aufzuquatschen. Nein, aber ich bin da 100 Prozent bei dir. Also ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe einen sehr kleinen Freundeskreis mittlerweile aus dem Grund, weil nach dieser Zeit eben sich viel in meinem persönlichen Umfeld geändert hat und ich danach gesagt habe, ganz ehrlich, ich bin auch nicht mehr der Fußabtreter für alle Menschen. Ich höre gerne Leuten zu, die Probleme haben, aber ich kann mir auch nicht mehr jeden Schrott von jedem anhören, weil das ist auch meine Energie am Ende des Tages. Und es gibt eben Menschen, die sich auch sehr oft beschweren über Sachen und nichts an ihrem Leben ändern. Und das ist auch irgendwann Draining. Das sind auch Sachen so, sorry, das tut mir leid, aber ich bin da nicht mehr die richtige Ansprechpartnerin für. Also natürlich helfe ich meinen Freunden, wenn die eine Phase haben, wo es scheiße ist oder wo Dinge nicht so laufen und das sollte man natürlich auch. Aber es gibt eben auch diese Menschen, die sich immer nur beschweren und wirklich nach Jahren nichts daran ändern. Und da bin ich dann, ich will solche Leute auch nicht in meinem Kosmos haben. Das raubt mir die Energie, irgendwie positiv und eben, ja, Dinge machen zu können, die ich vielleicht dann auch anderen Leuten geben kann oder sowas. Also das ist einfach so, mein eigener Frieden wird mir dann gestört. Ja, wenn du mit den Leuten in der Küche sitzt oder so, dann nimmst du einfach so ein Edding, schreibst auf den Kühlschrank 0800 6 mal die 2, die Nummer gegen Kummer. Ruf da bitte an und lass es bitte. Zum hundertsten Mal erzählst du mir die gleiche Story. Lass es bitte sein. Ja, es ist so. Ja, siehst du, wir alle kämpfen damit. Ja, total. Das ist echt interessant. Wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Das glaube ich noch gar nicht so lange her. Also für mich ist Weinen ein sehr großer Coping-Mechanismus. Also wenn mir was zu viel ist, dann fange ich an zu heulen. Manchmal bin ich auch so sauer, wenn ich in, das ist in Meetings oder so, nicht so, nicht so gut, wenn man das hat. Aber ich bin manchmal sehr impulsiv und wenn mich dann was nervt, dann weine ich manchmal auch vor Gut. Aber ich versuche daran zu arbeiten. Nee, aber tatsächlich habe ich, glaube ich, irgendwann vor zwei Wochen bestimmt mal geweint, weil mir gerade auch alles zu viel ist ein bisschen manchmal, an manchen Tagen. Einfach um den Druck auch rauszulassen, um es irgendwie ein bisschen zu kompensieren. Ja, total, total. Das ist immer lustig, weil mein Mann ist halt komplett das Gegenteil. Ich glaube, der weint einfach nie in seinem Leben, aber der braucht das auch nicht. Und bei mir ist das so, ich bin halt sehr sensibel, sehr emotional. Ich heule halt auch schon, wenn, keine Ahnung, wenn man eine Sendung im Fernsehen sieht, wo Leute Verwandte nach Jahren wiedersehen, dann freue ich mich halt voll für die. Dann fange ich auch an zu heulen. Also ich glaube, manchmal ist das so als Ventil ganz gut. Ja, vielleicht auch die Kraftquelle für dein Songwriting, dass du dich so gut hineinversetzen kannst in andere Situationen. Vorletzte Frage, ein Gegenstand. Dein Haus oder deine Wohnung, ich weiß jetzt gar nicht, wo du lebst, mit all deinen Besitztümern fängt Feuer. Nachdem du deine Liebsten gerettet hast, also Pflanzen, Tiere, Menschen, alle sind gerettet, kannst du auf deinem Fluchtweg noch einen Gegenstand mitnehmen? Welchen würdest du mitnehmen? Ich glaube, mein Laptop. Was befindet sich da drauf? Mein ganzes Leben, mein ganzes Leben, mein ganzes musikalisches Leben. ist da drauf. Also ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber alles andere ist so. Also auch, aber obwohl selbst ein Laptop wäre am Ende des Tages egal, nur sehr viele meiner Ideen und meiner Texte und so sind da drauf. Textest du am Laptop oder nimmst du so Zettel und Stift? Wie ist das für dich? Beides. Also ich habe sehr viele Notizbücher, die irgendwo rumliegen, aber für mich und einfach für die Organisation, auch wenn ich mit und für andere Leute schreibe, ist es meistens sowas wie Notizen oder Google Docs oder sowas, was man benutzt. Und das ist dann eben alles meistens auf dem Handy drauf. Fällt dir erst die Melodie ein oder erst der Text? Das kommt immer drauf an. Also ich glaube, wenn man in mein Handy reinschauen würde und in die Audionotizen und in die Notizen reinschaut, ist es sehr verwirrend für andere Leute. Aber ich weiß ganz genau, was ich damit meine. Es gibt sehr oft am Tag Momente, wo ich einzelne Zeilen einfach aufschreibe oder selbst wenn wir abends irgendwie uns noch eine Sendung anschauen oder sowas und sitzen, dann fällt mir manchmal eine Melodie ein, die ich dann einfach so in Fantasiesprache mein Handy reinsinge. Ja, also und das sind halt Sachen, die kriege ich halt nie wieder zurück und da sind teilweise echt gute Ideen bei, die ich noch benutzen kann. Deswegen ist es glaube ich mein Laptop, weil ansonsten, also natürlich ist mir auch zum Beispiel ich habe ein tolles Mikrofon oder ich habe handgebaute Gitarren, so das sind auch Sachen, die mir wichtig sind, aber die kann man, also natürlich kann man sie nicht ersetzen, aber ich weiß nicht. Ich würde jetzt zum Beispiel auch keine teuren Handtaschen oder irgendeinen Schrott mitnehmen aus meinem, es ist einfach alles egal. Meine Ideen sind das Wertvollste und wenn meine Ideen auf dem Laptop sind, dann muss ich den halt mitnehmen. Letzte Frage, bevor du mir eine Kontrafrage stellen kannst und eine Person nominieren darfst. Noch ein Jahr, wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, würdest du irgendetwas an deiner Lebensweise ändern? Wenn ja, was? Ja, das ist schlimm, dass ich das sage, weil es ist sehr arrogant zu denken, dass man alle Zeit der Welt hat und deswegen ist es für mich eine sehr gute Frage, um sich eben auch mal wieder so bewusst zu machen, ich muss mehr aus meiner Zeit machen, aus den Zeiten, wo man manchmal dann vielleicht doch sinnlos vorm Computer rumscrollt oder auf Social Media hängt. Ja, ich würde sicherlich was anders machen und ich werde jetzt auch was anders machen und zwar fange ich morgen wieder mit meinem Wilmhoff-Programm morgens an. Das ist der erste Schritt dazu. Genau, und ansonsten, ach, ich glaube, ich mache schon relativ viel aus meiner Zeit, aber es geht ja immer noch mehr und ich glaube, wenn man wüsste, dass man stirbt, hat man auf einmal dieses, ich muss noch Bungee-Jumping, springen gehen, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, aber ich glaube, ich würde einfach aktiv versuchen, aus jedem Tag das Schönste zu machen und das sollte man machen, egal ob man weiß, dass man stirbt oder nicht. Deswegen, ab morgen werden hier andere, andere Geschütze aufgefahren. Oh, das werde ich immer prüfen, da bin ich gespannt. Aber vielen Dank für die Inspiration, also es ist gerade echt in diesen Zeiten, es ist ja nicht so einfach, sich zu motivieren für Dinge. Ja, sehr, sehr cool, ja und ich weiß auch, dass ich nur solche Sachen mal als Impuls geben kann, wenn ich es vor allem selber mache. Ich habe nämlich eine Zeit lang auch genau die Sachen, die mir gut getan haben, vergessen, also nicht vergessen, einfach nicht gemacht, weil mir ging es gut und habe einfach gedacht, Yoga, Meditation brauchst du jetzt nicht, aber ein paar Monate so hingelebt und habe das aber währenddessen auch in den Coachings immer wieder empfohlen und irgendwann habe ich so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, warte mal, hey, du machst das gerade selber gar nicht, das ist voll, oder? Gerade vor wie so ein Lügner und dann, ja, dann habe ich es sofort geändert. Also das war schon komisch und jetzt, jetzt kann ich dir das sagen, weil es wirklich bei mir so ist und ich werde auch mal für verrückt erklärt, dass ich einfach auch jetzt zu dieser Jahreszeit immer noch so kalt duschen gehe und das mache ich ja nicht wegen dem, oh, ich bin jetzt so hart oder so, ich habe letztens auch mal Bock gehabt auf warm duschen, dann habe ich das auch gemacht, habe aber gemerkt, dass ich diese Wärme und Hitze gar nicht mehr so gut vertrage. Also von daher, ja, danke, dass du diese acht Fragen so wundervoll und intensiv auch beantwortet hast, weil ich denke, dass der Vibe ganz gut gepasst hat. Voll, voll, vielen, vielen Dank. Ich danke, ich bin gespannt, was du mir jetzt für eine Frage um die Ohren haust und welche Person du nominierst. Du darfst natürlich auswählen, womit du beginnen darfst. Also ich würde dir als erstes eine ganz banale Frage stellen, weil mich das aber wirklich interessiert. Was macht dich glücklich? Also ich habe dir jetzt so einen Spiderman-USB-Stick mal so in die Kamera gehalten und was heißt das? Also ich bin im Kern immer noch so ein verrückter Junge und bin überzeugt davon, dass Menschen nicht ins Kino zu Marvel-Filmen rennen, weil sie denken, dass es der größte Schwachsinn ist, den es gibt auf dem Planeten, sondern weil es viele Menschen gibt, die Sehnsucht haben, mehr aus ihrem Leben rauszuholen und auch wissen, dass es Menschen gibt, die einfach ihr Leben für andere Leben hergeben. und es macht mich glücklich, Zeit zu verbringen mit Menschen und ihnen Inspiration sein zu dürfen oder einfach die Lösung, die sie manchmal nicht sehen. Guck mal, ich halte jetzt so eine Kaffeetasse hoch und du siehst jetzt nur diese flache Seite und du sagst dann so, oh, Schoran, Schoran, ich weiß nicht, wo kann ich mein Problem hier anpacken und was weiß ich und keine Ahnung. Ich sage, hey, hier gibt es eine Möglichkeit. Du sagst, nein, gibt es nicht, gibt es nicht. Es ist überall glatt, 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 geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und ich drehe um und sage, hey, hier gibt es einen Griff. Aber ich sehe es, weil ich habe eine Perspektive da drauf und das ist so schön und egal, ob ich jetzt das auf meine Familie, auf meine Frau, auf meine Kinder, auf meine besten Freunde beziehe oder auf meine Eltern, es gehört auch zu meinem Job und das liebe ich und das lebe ich und deswegen habe ich das Strahlen bei dir ganz am Anfang gesehen, weil genau das Gleiche ist auch bei mir so und das, was wir gerade jetzt machen, das macht mich glücklich, weil ich weiß, dass das, was ich gerade tue, dass es das Wichtigste ist und dass es das Schönste gerade ist, was ich machen kann. Natürlich gibt es, ihr könnt jetzt sagen, ja, mit meinen Kindern jetzt spielen, ja, dann müsste ich jetzt dauerhaft mit meinen Kindern spielen, aber es ist ja auch gerade die Qualität zu erkennen, dass wenn ich jetzt erst wieder später mit meinen Kindern spiele, dass es wieder total schön ist in dem Moment. Und wenn du so sagst, ja, ich konnte mich jetzt hier öffnen und diesen Vibe spüren und es passte, das ist so eine Ehre und so schön, weil es nicht selbstverständlich ist. Oh, vielen Dank. Und das macht mich glücklich, also das ist etwas, was mich glücklich macht, beziehungsweise wo ich sage, da lasse ich mein Glück zu, also so, ich hoffe, ich habe die Frage gut beantwortet. Ja, sehr. Also ich fand das jetzt hier alles super inspirierend. Das ist echt ein Lichtblick bis in der Dämmerung, sag ich mal. Es ist nicht dunkel, aber es ist Dämmerung. Ach, wie schön zu hören. Es ist ja wirklich keine einfache Zeit gerade für uns alle. Also voll. Vielen Dank an Schargel, dass er mich nominiert hat. Total cool. Wirklich. Weil ich glaube sonst, weiß ich nicht, wie wäre man sonst zusammengekommen, aber ich glaube sowas ist immer, ich habe, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, man hat manchmal eben auch so Begegnungen, wo man sagt so, ey, das füllt einem die Energietanks auch wieder auf, anstatt sie zu nehmen. Total. Und vor allem gegenseitig, ne? Also miteinander haben wir die Energietanks aufgefüllt und es freut mich ja, dass deine Erwartung ein Stück weit dann erfüllt wurde, was du ganz am Anfang des Gesprächs gesagt hast. Ja. Voll. Wen magst du nominieren? Also ich würde gerne jemanden nominieren, der mich persönlich sehr inspiriert und eine sehr interessante Geschichte auch hat, eine tolle Frau ist und zwar ist das meine liebe Freundin die Valentine. Die ist eine fantastische Sängerin, Songschreiberin, und Pianistin und ja, vielleicht kennst du, kennst du sogar, die hatte mal mit 15 hatte ihren ersten großen Hit und der hieß Feel So Bad und kannst du dir mal auf allen großen Formen anhören. Ja, sag mir was. Und ja, die ist einfach eine klasse Frau und ich glaube, die würde das auch ganz gut finden, in diesem Podcast zu Gast zu sein. Ich hoffe auf jeden Fall. Ich würde sie jetzt einfach mal nominieren. Ja, sehr, sehr cool. Dankeschön. Ja, dann hoffe ich, dass sie zusagen wird. Vielleicht kannst du sie ja vorbereiten, dass der Nico sie dann auch mal kontaktieren darf. Das würde uns unendlich freuen. Ja, liebste Nessi, danke für diese wunderschöne Zeit mit dir. Danke, dass ich da sein durfte. Wirklich. Wirklich cool. Ja, danke. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Den wünsche ich dir auch. Bis dann. Vielen Dank, dass du diesem Dialog ohne Masken zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn positiv bewertest und natürlich auch abonnierst, damit du immer die aktuellste Folge zeitnah hören kannst. Falls du bestimmte Themen gerne hören würdest oder dir eine geniale Frage einfällt, die wir unseren Gästen stellen könnten, dann schreibe uns gerne an frage at dialoge ohne masken .de oder schreibe und abonniere uns gerne über Facebook und Instagram. Die Links findest du bei uns auf der Homepage oder unten in den Shownotes. Wir wünschen dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Lebe mit Herz, Leidenschaft und Verstand. Dein Charon. 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 Dein Charon.